Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen und herzlich willkommen zur Frag-Berger-Show hier im Arbö Verkehrsradio. Ja, Novemberzeit ist Wildwechselzeit und wie Sie richtig reagieren, wenn sich mal wieder ein Hase oder ein Reh nicht an die Straßenverkehrsordnung halten und wie Ihnen der Arbö Sicherheitspass im Falle eines Wildunfalls weiterhilft, das und vieles mehr heute in der Frag-Berger-Show gleich mit der ersten Frage. Die Christina aus dem Waldviertel ärgert sich und meldet bei uns binnen kurzer Zeit den zweiten Wildunfall. Wie man den vermeiden hätte können, möchte sie wissen. Naja, liebe Christina, eine hundertprozentige Erfolgsgarantie kann ich Ihnen natürlich auch nicht aussprechen, aber Wildunfälle passieren in erster Linie auf wenig befahrenen Nebenstraßen. Hier sollte man besonders vorausschauend fahren, das heißt mit angemessenem Tempo, besonders während der Dämmerungsphase oder bei Dunkelheit. Auch das Verkehrszeichen, Achtung Wildwechsel, warnt vor auffälligen Strecken. Und die Straße wird auch gerne von den Tieren bei Feld- oder Waldübergängen überquert. Und wie Sie bei einem Wildwechsel richtig reagieren, das schauen wir uns gleich an. Interessant ist die Frage vom Helmut aus Neunkirchen, der wissen möchte, wie man denn richtig reagiere im Falle eines Wildwechsels. In so einer speziellen Situation, lieber Helmut, muss man natürlich schnell handeln. Und ich kann Ihnen auch nur sagen, man sollte versuchen, das Lenkrad nicht zu verreißen und auch keinen Haken schlagen. Das kann bei Glatteis oder bei nassen Fahrbahnen nämlich schlimmere Konsequenzen mit sich ziehen. Sollte es wirklich krachen, darf das Tier nicht mitgenommen werden, sondern es ist sofort die Polizei zu verständigen. Die werden nämlich auch einen zuständigen Jäger kontaktieren. So, und wie Ihnen der Arbö jetzt hilft, das hören wir in unserer nächsten Frage bzw. Antwort. Wie hilft mir der Arbö nach einem Wildunfall? So lautet die Frage vom Franz aus Bisanberg. Lieber Franz, wenn Sie beim Arbö einen Sicherheitspass abgeschlossen haben, ist alles halb so schlimm. Der Arbö schleppt Sie dann nämlich kostenlos in die Werkstatt, sofern eine Weiterfahrt nicht mehr möglich wäre. Können Sie selbst die Fahrt fortsetzen, muss natürlich der Wildschaden umgehend, wie schon vorhin erwähnt, bei der Polizei gemeldet werden und eine Anzeige gemacht werden. Mit dieser Anzeige kommen Sie dann zu uns ins Arbö Prüfzentrum und der Techniker protokolliert den Wildunfall und über den Arbö Sicherheitspass Klassik bekommen Sie 80% der Reparaturkosten, maximal 600 Euro rückerstattet. Na, das klingt ja schon mal nicht so schlecht, oder? Wie es beim Arbö Sicherheitspass Gold aussieht, das klären wir gleich nach etwas Musik. Die Fragberger Show im Arbö Verkehrsradio, jetzt ja immer samstags von 15 bis 16 Uhr. Sie stellen die Fragen, ich liefere die Antworten. Schreiben Sie mir Ihr E-Mail an verkehrsradio.arboe.at oder schreiben Sie mir auch auf Facebook oder auf Instagram. Und Sie können die Show auch ab sofort auf YouTube nachhören, sollten Sie mal eine Show verpasst haben. Heutiges Thema ist das richtige Reagieren beim Wildwechsel bzw. nach einem Wildunfall. Und da kommt der Arbö Sicherheitspass zum Einsatz. Es gibt die Klassikvariante des Arbö Sicherheitspasses und die Goldvariante. Der Unterschied beim Sicherheitspass Gold werden die meisten Leistungen verdoppelt. So ist die Abschleppung nach einem Wildunfall bis 250 Euro versichert, bei der Klassikvariante. Beim Sicherheitspass Gold verdoppeln wir die Leistung und Sie haben die Abschleppung bis 500 Euro gedeckt. Tja, da kommt man ja schon fast einmal quer durch Österreich. Aber auch bei der Reparatur hilft der Arbö Sicherheitspass. Näheres, das hören Sie gleich. Wildunfall, unser heutiges Thema in der informativsten Show im Digitalradio und eine oft gestellte Frage betrifft natürlich die finanzielle Entschädigung. Denn wenn Sie einen Arbö Sicherheitspass Klassik abgeschlossen haben, dann bekommen Sie 80 Prozent, maximal 600 Euro der Reparaturkosten rückerstattet. Ja und beim Arbö Sicherheitspass Gold verdoppeln wir die Leistung wieder. Also bekommen Sie 80 Prozent in Form von maximal 1.200 Euro rückerstattet. Ja und übrigens 80 Prozent werden auch vom Kostenvoranschlag bis 300 Euro übernommen, falls Sie das Fahrzeug nicht mehr reparieren lassen möchten, weil es zum Beispiel unwirtschaftlich wäre. Sie sehen also, wenn es hart auf hart kommt, ist es gut ein Arbö-Mitglied zu sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und fahren Sie bitte vorsichtig. Ja. Ja.